Das hier ist eines der gesündesten Brote, das du backen kannst. Dieses Brot besteht komplett aus Vollkornmehl, aus Schrot und aus Sonnenblumenkern und trotzdem ist das so schön aufgegangen, wie auch du das ganz einfach hinbekommst, das zeige ich dir in diesem Video. Hier habe ich 430 Milliliter handwarmes Wasser und darauf gebe ich ein Tütchen Trockenhefe, das sind ungefähr 6 bis 8 Gramm. Einfach reinkippen und umrühren. Das schiebe ich jetzt erst mal zur Seite und kümmere mich um mein Mehl. Als nächstes brauchen wir 400 Gramm Vollkornmehl. Wer eine Getreidemühle hat wie ich, der sollte sein Getreide unbedingt selber mahlen. Das fülle ich mir hier in eine Schüssel um. Hier habe ich 100 Gramm Schrot, das habe ich selber geschrotet. Solltet ihr kein Schrot bekommen, dann nehmt ihr einfach 500 Gramm Vollkornmehl. Darauf gebe ich 1,5 Teelöffel Salz und 30 Gramm Sonnenblumenkerne. Das vermische ich schon mal grob. Hier habe ich meine aufgelöste Hefe noch einmal umrühren und dann auf das Mehl kippen. Und das lasse ich mit meiner Küchenmaschine durchkneten. Den Teig decke ich ab und warte bis er sich etwa verdoppelt hat. So ungefähr eine Stunde. So sieht mein Teig nach etwa einer Stunde aus. Der ist richtig schön aufgegangen und ich falte den Teig jetzt einmal in der Schüssel. Dann nehme ich meine Backform. Ich habe hier einfach so eine Springform mit einem hohen Rand. Ich streue gerne ein bisschen Schrot auf den Boden und den Teig fülle ich einfach in meine Form. Ich verteile das ein bisschen. So sieht mein Teig aus. Und da streue ich auch noch mal ein bisschen Schrot drauf. Ich lasse meinen Teig jetzt noch mal so ungefähr 20 Minuten stehen. Heize in der Zwischenzeit meinen Backofen vor auf 200 Grad Ober-Unterhitze. Und darin backe ich das Brot für etwa 45 bis 50 Minuten. Nach 20 Minuten drehe ich allerdings die Temperatur runter auf 180 Grad. Mein Brot ist fertig. Das war jetzt 45 Minuten drin. Und wenn ihr mal nicht sicher seid, ob euer Brot wirklich durchgebacken ist, dann nehmt ihr so einen Thermometer. Da stecht ihr dann einfach in das Brot. Und wenn die Temperatur zwischen 95 und 100 Grad steigt, dann ist das Brot durch. Ich habe 100 Grad. Das Brot ist definitiv durch. Das hole ich raus. Das lässt sich super lösen. Das Brot lässt sich draußen auskühlen. Dafür benutze ich so eine Haube, damit da keine Vögel oder sonst was dran kommt. Und das stelle ich nach draußen, bis es abgekühlt ist. Das Brot ist fertig. Schaut mal, wie schön das geworden ist. Und schaut mal Leute, habe ich zu viel versprochen? Ist das nicht schön geworden? Richtig toll aufgegangen. Gefällt mir richtig gut. Boah, sieht das klasse aus. Boah, schaut mal. Richtig saftig, richtig zart. Das ist so ein leckeres und saftiges Brot. Und das schmeckt auch noch am vierten Tag total lecker und frisch. Ich kann euch nur raten, backt das Brot nach. Probiert das aus. Ihr werdet es nicht bereuen. In diesem Sinne, danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ich schneide jetzt noch eine Scheibe ab. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann drückt jetzt auf den Button. dann sehen wir uns im nächsten Video. Einfach super das Brot. Wir werden jetzt Abendbrot essen und ihr könnt meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.